Begrenzung findet statt, wenn du in den Körper kommst. Da wirst du getrennt vom großen Ganzen. Diese Trennung vom großen Ganzen ist eine Art Urwunde der Menschheit. Und daher kommt der tiefste Schmerz, wie auch bei mir. Die große Sehnsucht nach Einheit, nach Verbindung zueinander und miteinander. Sein, ein Teil von etwas sein, so auch mit Pflanzen und Tieren. Die Trennung von meinem Körper hat diese innere Zerrissenheit in mir geheilt. Ich weiß, dass die Zeit kommen wird und diese Wunde der Menschheit heilen wird. Wir werden uns erinnern, auf der Welt sein und uns erinnern, an den Himmel und an die Einheit. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!